Neuer Shop in ganz genau... Keinen Sekunden mehr. Heute sollen wir übrigens einen sehr, sehr nicen Shop bekommen. Schauen wir uns das Ganze an. Ich denke, heute wird es auch sehr, sehr viel Rabatt geben. Oder, oder, oder. Wo ist der Rabatt? Oh. Es ist angerichtet. Wir haben ein komplett... Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 900 V-Bucks muss ich hier zahlen. Und hier haben wir ein neues Paket. Okay, das sieht sehr interessant aus. Ui, wir haben sehr, 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 ultra, ultra viele Sachen zurück. Aber davor noch eine kleine Info. Ich mache mal kurz die Facecam-Groß. Und zwar habe ich ja euch im letzten Video gesagt, dass ich vier Spider-Man-Skin-Codes zum Verlosen habe, dank den Comics. Und ja, es sind vier Spider-Man-Skin-Codes. Die muss ich aber noch besorgen. Ich habe die falschen Comics geholt. Ein bisschen mies, aber ist egal. Dafür verlose ich jetzt vier Spider-Man-Skin-Codes und vier Iron-Man-Lackierungen. Ich zeige euch mal ganz kurz, welche Iron-Man-Lackierungen ich meine. Und zwar ganz genau diese Lackierung habe ich jetzt auch noch viermal am Start. Also vier Spider-Man-Skin-Codes und vier Iron-Man-Lackierungen. Übrigens, diese Lackierung gibt es noch nicht im Shop. Kann man sich also nirgends wo kaufen. Außer mit den Comics. Ich glaube, heute wird das Shop-Video extrem lange. Deswegen machen wir hier mal alles, bevor es kein Ende hat. Es gibt zwei Stile, ist mal wieder verbackt. Ja, ist mal wieder verbackt. Seit wann hat die so rote Hände? Fällt mir erst jetzt auf cooler Zweitstil. Chillig. Backpack. Ja, ist nicht so besonders, muss ich sagen. Der ist nicht schlecht, der gefällt mir, muss ich sagen. Ist ein cooler, naja. Zweitstil ist auch Buggy ein bisschen. Backpack. Ja. Ja, ist ganz okay. Spitzhacken finde ich ultra trash. Die finde ich einigermaßen okay. Eins, zwei. Eins, zwei. 800, 500. Perfekter Preis. Nichts mehr. Zweiter Bereich. Würfel-Skin ist wieder zurück. Sehr nice Variante. Einmal ohne Reaktiv, mit Reaktiv. Und die letzte Variante ist die goldene Variante. Ich weiß aber nicht, ob das mir angezeigt wird. Ne, die Varianten werden nicht angezeigt. Ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Können wir uns gleich beim Vorschau-Bild anschauen. Backpack. Auch ohne Reaktiv, mit Reaktiv. Aber ohne Gold, soweit ich weiß. Spitzhacken auch sehr nice. Ja. Und gibt es auch hier mit Reaktiv. Lackierung, muss ich sagen. Na, geht so. Also, wir können es hier sehen. Hier einmal so Reaktiv. Und dann einmal so komplett Gold. Ultra nice. 1,5. 1,2. 500 V-Bucks. Täglicher Bereich von heute. Oh, das hier Mode von gestern bleibt im Shop. Okay. Crypto ist ein heftiger, nicer Skin. Erster Ziel, naja. Aber zweiter ist schon sehr, sehr heiß. Passendes Rückenteil finde ich auch ultra nice. Sehr, sehr cool. Animiert gibt es auch hier in zwei verschiedenen Farben. Sehr chillig. Was haben wir hier ansonsten noch im Shop? Ja, die ist auch nicht schlecht. Ist zwar sehr auffällig, aber trotzdem cooler Skin. Das ist ja schon seit gestern da gewesen. Synchrone Mode. Ist nice. Können wir zwar nicht viel sehen von dem Mode, aber ich mache mal kurz die Face Game weg. Hier können wir so ungefähr sehen, was es sein soll. So. Was haben wir hier? Töv, töv. Ist okay. Vorbewegung, Synchron. Können sich eure Mates dranhängen, auch ohne, dass sie das Remote besitzen. Ist okay. Rage Quid für 200 auch sehr, sehr nice. Und tschüss. Das war es mit dem Controller. Jetzt muss man sich einen neuen holen. Okay. Das bleibt im Shop. Das ist ein neues Bundle, oder? Das ist ja... Oder... Ne, warte. Ist das neu? Das ist nicht neu. Das gab es schon mal. Aber das ist ja schon saulange her. Oder gab es das Bundle schon mal? Ich muss doch kurz auf Twitter nachschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das Bundle schon mal gab, aber irgendwie nicht. Ich muss nachgucken. Ich glaube, das Bundle ist nämlich komplett neu. Kann es irgendwie sein? Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ist es neu oder nicht? Ist es neu oder nicht? Glaube... Ne, es ist nicht neu. Es ist nicht neu. Also das ist schon mal hier selten. 412 Tage. Ich schaue mal kurz. Ich überfliege das mal hier, ob wir noch was Seltenes im Shop haben. Bis jetzt sehe ich nichts. Gitarrengang ist übrigens 130 Tage alt. Also bis jetzt... Ja, ja. Also das ist das seltenste Paket. 412 Tage. Also daran kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ist also nicht neu. Sieht aber sehr, sehr lustig und special aus. Muss ich sagen. Allein die Spitzhacken. Also Preis-Leistung ist auf jeden Fall hier am Start. Sehr geil. Also die Tomate gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Rückenteil fühle ich jetzt nicht so wirklich. Spitzhacken. Ist okay. Die finde ich ja mal am witzigsten irgendwie. Die ist nice mit der Chili da oben auf dem Kopf. Finde ich ultra nice. Passendes Rückenteil. Naja, Spitzhacke. Ist okay. Haut mich aber nicht um. Ladebildschirm finde ich sehr, sehr stabil. Können wir aber nicht einzeln kaufen. Ein anderes Paket. Ich glaube aber, sind diese Pakete neu? Ja doch, das Paket ist neu. Wir haben sogar zwei neue Bundles. Das ist ein komplett neues Bundle. Einzelne gab es die ja schon immer. Aber das ist hier wirklich komplett neu am Start. Oh mein Gott. Holy. Halt, Stopp. Wer bis hierher geschaut hat, ohne zu skippen, schreibt mal bitte eine 1000 in die Kommentare. Also die Zahl 1000 rein. Es ist wirklich ein Item drin, was 1022 Tage alt ist. Was für Skippen, nichts weiter seltenes mehr. Zum Glück habe ich meine Augen noch aufgemacht. Aber dazu kommen wir dann gleich, was selten ist. Erstmal, das Paket haben wir durchgeguckt. Ist nice, chillig. Nächstes Paket. Ein komplett neues Paket. Mit alten Skins. Ich muss 900 V-Bucks zahlen. Ja, 900 V-Bucks für zwei Items. Lohnt sich für mich ganz ehrlich nicht. Spitzhack ist aber ultra nice. Ja, schöner Brat-Sound. Die ist auch sehr, 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 sehr heftig. Einzelkaufbar 1,5. 800 Perfekt. 500 Perfekt. 1,2 übelst teuer. Ist aber außer Season 5. Früher war allgemein alles teurer. Tomate. Ja, ich weiß nicht. Tomate. 37 Tage alt. Ist nicht so meins. Hat auch zwei Stile. Einmal so und einmal was zum Freischalten. Pack, 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 Pack. Ja, jetzt kommen wir zum seltensten. Also wer das hat. RIP für die OGs. Du bist 1022 Tage alt. Ich konnte mich an das Ding wirklich null dran erinnern. Sound. Geht so. Aber ich kann mich an das Ding wirklich nicht dran erinnern. Ich dachte, das wäre neu. Aber 1222 Tage alt. Das ist nicht selten. 37 Tage. Upsala. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Wandel hier einmal. Sound ist okay. Käsegleiter. Der ist nice. Aber nicht selten. 37 Tage. Dann haben wir hier einmal die Dame hier. Ist auch am Start. Sehr cool. Pizza Party im Mode. Ist auch nicht schlecht. Ist aber auch nicht selten. 66 Tage alt. Also ich hätte jetzt schon Lust auf Pizza, muss ich sagen. Wer von euch? Auch vielleicht Lust auf Pizza? Ein Stückchen. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich schon. 1,5. 800. 800. 500. Perfekter Preis. 1,2. Nichts mehr. Ah doch. 200 B-Bagsydus im Mode. Auch perfekt. Neues Bundle. Das ist auch komplett neu. 1.300 müsste ich hier zahlen. Ist die Lackierung selten? 356 Tage. Ja. Aber die ist heftig. Die Lackierung ist cool. Sehr, sehr chillig animiert. Die Dame ist die irgendwie selten. Auch 356 Tage alt. Ist sehr nice. Der ist nicht selten. Der war vor kurzem da gewesen. 74 Tage. Wandel ist ganz okay. Aber ein bisschen teuer finde ich. Aber wir bekommen jetzt zwei Skins. Lackierung. Ja. Ja. Ist okay. Ist okay. Cooles im Mode. Ist das im Mode selten? Ist nicht selten gewesen. Einzelne kaufbar. 1,2. 800. Perfekter Preis. 500. Perfekter Preis. 500 auch perfekt. Kann man sich nicht beschweren. Letztes Paket von heute. Ist das irgendwie selten. Ein ganzes Paket. 59 Tage alt. Ja. Ist jetzt nichts Spezielles. Hat ein paar Stile. Das Ding mit und ohne Kopfdings da oben. Ohne Cap. Fühle ich nicht. Das ist cool. Das ist wirklich nice. Ich gucke mal ob es irgendwie neue Neuigkeiten gibt. Gibt es hier irgendwas? Ne. Aber das mit den 1000 Tagen. Das haut mich schon wirklich um. Das haut mich schon um. Hätte ich niemals gedacht. Dass das so alt ist. Chillig. Also auf einen Hotdog hätte ich auch immer gerne Lust. Hm. Schreibt mal in die Kommentare. Pizza oder Hotdog? Also ich wäre glaube ich eher für Pizza. Hört sich sehr sehr. cool an der Sound irgendwie. Coole Spitzsacke. 1, 2. 300 Bebugs. Perfekt. 800 Perfekt. Nichts mehr. Ansonsten. Gerne gerne mein CC benutzen. Kuss geht raus. Und das war es dann auch hier schon. Mit dem etwas kurzen. Äh. Was für kurzem. Mit dem etwas längerem Shop Video.